Ja, liebe YouTube-Freunde, es ist Zeit, um nach Hause zu fahren, Montag. Der erste wirklich schöne Tag hier in Livignia und wir müssen nach Hause. Und es ist kalt wie in einem Kühlschrank, minus 27 Grad. Und ich bin froh, mein VW Turan ist angesprungen. Er hat aber böse gehustet beim Starten. Jawohl. Ja, ich muss da korrigieren. Das ist nicht wie in einem Kühlschrank, sondern wie in einem Tiefkühlschrank. Minus 26,5 zeigt das Auto an. Wahnsinn. Ja, es ist nicht wie in einem Kühlschrank, sondern wie in einem Kühlschrank, sondern wie in einem Kühlschrank, sondern wie in einem Kühlschrank. Es ist saukalt mit Fingern, ohne Handschuhe. Ai, ai, ai. Kalt wie verrückt. Habe ich noch bald nie erlebt. So, nochmals, oder Tankfüllung, billig, für 89,2 Cent. So, hier ist der Tunnel, die Verbindung in die Schweiz. Jetzt ist ein Einbahnröhre, die da, wir warten jetzt, bis die Ampel auf grün geht. So, hier ist der Tunnel, das ist der Tunnel, das ist der Tunnel. Nein, wer ist der Tunnel entgegengekommen? Ja, so, es ist jetzt 10 nach 4. Wir sind zu Hause angekommen heute Montag und hier ist minus 5 Grad. Nicht wie da morgen, minus 27. Wir sind gut gereist, glücklich wieder zu Hause. So, ich bin sehr schnell.